hallo leute und herzlich willkommen zurück zu neuen shop review hier auf meinem kanal wenn ich diese ganzen videos auf dem kanal gefallen und ihr auch in zukunft kein live stream verpassen wollt zum beispiel wahrscheinlich wenn dieses video schon online ist wird auch ein live stream gerade online sein wo ich wieder ordentlich arena spielen werde und wenn ihr das alles nicht verpassen wollt dann lasst doch gerne ein abo und ein like da und damit auch eure freunde hier nichts auf dem kanal verpassen könnt ihr natürlich auch den kanal teilen würde mich auf jeden fall extrem support und ich würde sagen dass jetzt schon über einen item shop und gucken was heute alles so drin ist okay wir haben auf der recht auf der linken seite den power cord skin früher war der ja mal ziemlich selten finde ich auch eigentlich ganz coolen skin folgen mit der gitarre hinten drauf allerdings kostet er natürlich auch 2000 wie bachs dann aber die am anachie hacke finde ich nicht so cool 800 wie bachs gehen allerdings auch ist jemand nicht so ich bin eben nicht so der rocker style fan aber den stage steif gleiter ist eigentlich ganz cool allerdings immer doch für den standard gerade 800 wie bachs in meiner meiner meinung nach ein bisschen zu teuer dann haben wir den schlappohr skin und die männliche variante den knurrer sind sehr unterschiedliche skins eigentlich die unterscheiden sich schon ziemlich stark dass jemand eher als hase und der hier als bär und es sind auch sehr extravagante skins die so eigentlich nicht gibt deshalb nun sich schon 1500 wie bachs gehen auf jahr vollkommen klar dazu passend gibt es den flauschstiegel gleiter der meiner meinung nach auch sehr cool ist weil sie man kein kompletter standard gleiter ist und für 800 wie bachs geht er vollkommen klar zusätzlich hat er verschiedene stile an nichts groß anderes aber einmal das symbol oben drauf dann das symbol oben drauf ist jetzt nicht die welt trotzdem ist ja schön verschiedene stile zu haben aber in dem preislufthacker er hat einen interessanten sound ist jetzt allerdings für 500 wie bachs auch nichts allzu spezielles aber würde ich sagen geht schon komplett klar habe die piraten die freibeuter skins die ja beim rucksack sowohl auch bei den skin selbst verschiedene stile haben sind auf jeden fall extrem coole skins 1200 wie bachs blauer skin man hat hier einmal im prinzip den so normalen piraten und dann eben halt hier den ja den captain sozusagen dazu passen natürlich auch die weibliche variante die ich sogar noch ein bisschen cooler finde auch mit zwei verschiedenen stilen einmal so und dann als zweite variante so und dann noch mit einem rucksack der auch extrem cool aussieht hinten mit glitzern ist auf jeden fall ein extrem cooles skinset der anker hatten in die ganz coolen sound so ein richtiger schön holz sound und ist etwas sehr spezielles so ein anker also so ein steuerrad gibt es ja sonst nicht und mit dem anker sieht es auch cool aus achter und wie bachs lohnt sich dafür dazu gibt es kein gleiter heute dann aber die waffenexpert waffenexpertin ist das eigentlich heißen ist ein blauer skin und dafür finde ich den eigentlich wissen dass er zu wenig hat würde ich ja nicht kaufen dann aber einen neuen mode im schritt wechsel auf jeden fall ganz coole bewegung und der beat ist auch eigentlich ganz cool lohnt sich würde ich sagen für 500 wie bachs und dann aber den sonnenblumen skin fatale feldarbeit von fatale feldarbeit set ist auf jeden fall ganz nice 800 wie bachs skins mag ich generell eigentlich ganz gern wobei ich jetzt den grundlos kinder dahinter steckt jetzt nicht so unbedingt mag trotzdem sieht es eigentlich ganz cool aus so als farmer skin aber die goldgräber pickaxe sieht extrem cool aus dadurch dass das komplett gold ist und hat auch so ein richtig schön sound ein richtig schön durchschneidenden sound ist auf jeden fall ganz cool und dann haben wir den tambour major im mode ist auf jeden fall witzig und man kann sich damit ja auch durch die karte fortbewegen lohnt sich auf jeden fall zu kaufen 500 wie bachs gehen dafür auch vollkommen klar aber den sonst rücken accessoire ist auf jeden fall ganz cool wenn man die sonne den sonnenblumen skin hat ja ist jetzt allerdings nicht als spezielles passt ihr mal zu farmers gehen sonst ja nicht ganz so 200 wie bachs für den rücken accessoire gehen allerdings auch vollkommen klar damit ist angst wird schon rüber in relativ welt modus und gucken was dort so alles neu ist einsammeln und dann im item shop haben wir heute das super eltern lama war das nicht gestern auch schon da ich glaube schon ist auf jeden fall nur der letzte müll drin lohnt sich absolut gar nicht würde ich nicht empfehlen zu kaufen ja dann kann man sich lieber hier für gold irgendetwas kaufen oder eben halt wenn man wie bachs ausgeben will lieber ein upgrade lama vor allem wenn er ein silbernes ist lohnt sich das ein goldenes ist dann lohnt sich das ja auch ziemlich gut das war's mit dem video ich hoffe ihr schaltet beim nächsten video auch wieder ein und bis dahin ciao ciao